Hallo! Die Weihnachtszeit mag ja besinnlich sein, aber... Mit dem Dezember kommt auch immer dieser Druck, dass man nicht weiß, was man seinen Freunden und Verwandten schenken soll. Deswegen möchte ich heute für euch einen kleinen Giftguide zusammenstellen mit Geschenken, die ihr kaufen könnt. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wir legen gleich los. Fangen wir mal mit der ersten Kategorie an. Und zwar finde ich ein wunderbares Geschenk für zum Beispiel Eltern, Geschwister, Mitbewohner sind Gesellschaftsspiele. Es kommt im Dezember ein Hörbuch raus von einem Kassler Verlag. Und zwar ist das eine Hörbuchversion von Ede und Unku. Ede und Unku ist ein Kinderbuch von Alex Wedding und einige von euch werden das vielleicht kennen, denn das war lange Zeit eine Pflichtlektüre, eine Pflichtschullektüre in der DDR. Und dieses Hörbuch ist gelesen von Heike Makac, also sehr prominent besetzt. Und ich finde es einfach sehr schön aufgemacht. Es ist ein hübsches Geschenk für Leute, die vielleicht da aufgewachsen sind oder die das Buch einfach aus der Kindheit kennen, eben weil es sowas Nostalgisches ist. Also schaut euch das mal an und ihr würdet damit einen kleinen Verlag unterstützen. Das finde ich auch sehr schön. Das Buch gibt es zwar auch bei Audible und vermutlich auch bei Amazon, also das Hörbuch. Aber man kann ja bei Audible, man kann ja schlechten Downloadlink verschenken, das ist irgendwie witzlos. Man kann also auch eine CD-Version davon direkt beim Verlag bestellen. Und das ist irgendwie witzlos. Vielen Dank.